Max Herre ist richtig gut, aber ich glaube, der hat dann so, da genau diese Phase, was wir angesprochen haben, diese Gangster-Rap und wo es dann cool war. Du hast Max Herre gehört? Ja, natürlich. Ich dachte, das haben wir nur auf dem Gymnasium gehört. Ihr habt, äh... Haben wir das auch auf der Straße gehört, Bro? Nicht auf der Straße direkt, aber wenn man dann allein in seinem Zimmer war, hat man schon...